Normalenergie, die von den Generatoren kommt und dann können wir durch den Magma-Dinger, können wir Magma herstellen und können damit dann Magma-Engines powern. Du meinst Lava. Ja? Soll ich jetzt dann die 14 bauen? Ne, 14 Stück brauchen wir schon dann. Doch, brauchen wir auf jeden Fall. Weißt du, wie langsam der produziert? Ja, weil das so wenig Energie gekriegt hat. Dann baue ich mal, ich baue jetzt dann mal 5. Hm, und 4 reichen auf jeden Fall. Na ja, für jede Reihe von Motoren dann ein. Und dann... Okay, pass auf, die rechte untere Work Chest ist gerade besetzt, okay? Okay. Also das dann auch, wenn es geht, nicht raustun, Patty. Ja, dann, also 4, 4 Stück. Dann wäre es gut, wenn du 4... Dann könntest du theoretisch... Warte, warte, ich mache erst mal 3. Mach erst mal 3. Ich habe... Ich brauche die Lava... Ich brauche die Lava-Fabrikator... Äh, Lava-Fabrikators auch für die... Für den Geothermal-Generator. Ja? Ja. Ja. Achso, ja, das... Geothermal-Generator... Ja, du willst ja... Nein, das wäre ja dein... Das wäre dein Schwachsinn. Mit dem Geothermal-Generator, der macht dann wieder diese Energie hier. Der macht was? Ja gut, der macht wieder diese Energie. Ja gut, doch, aber einen bräuchten wir... Geothermal-Generator. Okay, dann mach ich... Einen? Ja, auf den Anfang. Mach halt mal 4 von den Lava-Fabrikator. Ja, hab ich. Okay, dann mach ich mal Schöterauf-Panels. Ja. Okay, da sind noch 3 Ste... Da sind noch 1 Ste-Menschen drin. Let's down 10 in a cop, okay. Let's down 10 in... Hm? Da sind noch 1 Ste-Menschen drin, ja. Was ist denn los? Ja, gerade eben mein... Aber du kannst die in den 1. Lava-Fabrikator schon mal ein bisschen, äh... Da nimmst du doch einfach mit. Ja, all! Was denn? Ich hab gerade eben viel Level für Schwende, weil ich auf mein Crossbow Power 1 draufpacken wollte. Es hat funktioniert, dass sie jetzt alle, dass sie dann fest sind. Ja, komm mal mehr. 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 wird und mit den Türen für die Karte ja schrei nicht so rum als zu bieten er hat alles zu etwas geliebt ist von mir um und erfolgen er würde sich ein bisschen schwer bekommen n werden und sollte man verbracht es ist für die Kühle ich habe einen Tod stand im Diener Nein. Leck mich. Guten Tag. Oh, erst mal das Licht ausmachen. Hm. Hm. Ist der langweilig? Ja. Ah, lieblich. Ähm. Oh, perfekt. Ja, das funktioniert genauso wie ich hier habe. Echt? Ja. Das ist krass, wie ich hier unten Frame-Einbrüche habe. So, wie mache ich das? Äh, kannst du mal gucken, es sind die, äh, sind die Steam-Engine eigentlich gut voll mit Kohle? Hm, okay. Ja, das sind alle ganz voll. Hm, gut. So, da brauche ich hier nur... Lava. Wie geht den Lava transportieren? Hm, mit Transport Pipes. Egal welchen. Naja. Wieso? Nö, nur so. Äh, genau. Wenn du jetzt... Du kannst schon mal solche Magma-Engine, oder wie die heißen? Magmatic-Engine zu machen, die mit Lava betrieben werden können. Äh, drei Stück. Können anfangen. Können... Können... ... gerade in uns mitzunehmen. Hm. Wie viele drei? 3. 3. 3. Hm. Kannst mir mal sagen, wie das bei dir ausschaut? Warte. Sag mal. Äh, what was ist denn das bitte? Hahaha. Das ist ein Exoskelett, mein lieber Freund. Was? Okay. Ich war damit beschäftigt eigentlich, das nächste Mal. Pch, okay. Äh, was ein Exoskelett. Was Exoskelett ist? Schäme dich. Paddy, wo heißen du Inwar-Achter? Ich kann nur sagen, in deine Kiste. Oh Gott, zwar. Das ist ein Silber. Und dann brauche ich hierfür ein Ei ruhen. Davon bräuchte ich dann sechs. Kann sein, dass wir nicht mehr so verweisen haben. Ja. Das ist ja auch noch was mit dem. Ähm, so. So und so. Äh, wo sind sie denn jetzt? So. Was hat er nämlich denn noch gehört? Äh, ach so. Ups. Äh, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Äh. 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 Okay, Heiko. Wo soll ich sie denn hin? Schmeißen? Ja. Runter können sie gleich hinstellen. Ja. Vielen Dank.